mal diese automatische Kuhfarm da bauen die Zocker treu ist die Kuhfarm was? so so wolltest du das? ja wollte ich hast du gerade Werbung gemacht? nein ich hab's nur gewähnt ja ich hab Werbung gemacht tut mir leid tut mir leid hey warte das ist mein Kanal trotzdem schämlich dann mach ich mal t slash tp Umschalttaste hi na ey das ist schlag so zurück ja das ist ehemaliger G außerdem lass mich in wohl so ich mach Magneten jetzt aus so und jetzt werf ich da was hin ja tschüss so und jetzt warte ich bin voll ich muss mal eben Sachen wegtun Frage ist wohin ich hab hier Truhen ja hier pack ich einfach mal so sechs Kabel also erstmal gebe ich dir mal kurz sein Jetpack hier 56 Juju Meta 56 mal 4,5 das sind 252 okay gut ähm 252 64 64 64 sind 100 128 warte warte ich bin schon wieder voll äh 158 warte 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 schwarzpulver äh flexi zum einen loswerden wie viel kriegst du nochmal ich hab nicht dran gedacht du hast merk dir diese Zahl ja ganz wichtig du hast 128 ja ne 158 du hast 158 158 158 158 ja sehr gut ok du bekommst noch 100 minus 6 sind 94 bekommst du von mir jetzt noch ok krass krass wie das alles drauf geht jetzt noch 30 das tut weh es tut echt weh so es geht mir den Scheiß ja warte ich pack's mal eben weg stopp ich pack's mal eben weg oh das war eh ok hier cool danke komm her los nein lass mich in Ruhe komm her komm her nein 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 soll jetzt T ist nicht verfolgst du mich noch tp kann man auch ey ich hab'n feuerzeug in der hand darf ich dein haus anzünden nein ok und wenn's aus versehen geschieht ähm nein ah das ist ok nein das ist nicht du verdammter was machst denn du da wieso wieso ich hab'n ich hab'n dein Ambers benutzt ich mein'n was du gerade gemacht hast also was du zugefügt hast achso Schutz und Dorn äh kannst du mich mal hauen einfach nur einmal hauen hast du damage bekommen warte das sehen wir gleich äh ich hab' warte ich hab' 8 1 8 2 5 9 2 5 9 muss ich mir einfach merken nö hä was bringt Dorn dann ha denn das Dorn nur bei Gegnern guck doch mal bei der Spinne hier wenn die dich schlägt die ist nur gerade aggro auf mich also denk warte dann wird die ja auch rot ne lol nicht jedes mal oder nö aber auch ab und zu ist doch cool das ist geil bei Skeletten weil wenn die ganz weit weg sind und mich mit Pfeilen beschießen kriegen die auch damage ja eventuell ja denke schon ja ist doch cool ich weiß nicht wie viel ist denn das ein halbes Herz lol der kriegt nicht damage so wie Blutsauger ja scheint so boah jetzt hab' ich må Gla Scheiße ich hab' kein Essen mehr hm, 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 hm hm, 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 hm hm, 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 hm hm, hm, hm hm, hm kann nicht mehr links umgekehrt also du bist ein Ert ist das tp noch nicht ganz es sind auch 440 Blöcke du mannst die Reut zu der 440 Blöcke er drückt enter als ich kann jetzt die Koordinaten sagen jetzt bin ich auch schon fast da jetzt bräuchte so nicht mehr was erweichteten fisch geschlagen das war es wert ganz über das Wasser laufen nein das ist die quantum Hose schrägstrich Schuhe da macht man irgendwie so eine Delfin-Bewegung und wenn ich nur die Hose hab dann kannst ich weiß nicht ob das ich machs jetzt mal ohne die Schuhe brück gar nix scheiße vielleicht vielleicht ja irgendwann nochmal Alter krass dass ich meine ganzen Smaragde und so geopfert hab also ich find's toll ich hab jetzt noch 55 rote Rubiner und 18 Saphire aber die ganzen grünen Saphire hab ich dir alle gegeben und auch einige blaue Saphire muss ich mal eben die Höhe einprogrammieren und bist schon da? ach das war viel zu hoch ja ja ich bin da aber warte 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 noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht du fällst ich hab äh federfall ich hab äh federfall ach so ist schon gut äh jetzt brauch ich den Füller so das sieht doch schon mal gut aus jetzt muss ich mir mal eben die Fackeln zurückholen nicht dass ich die hier alle verliere ich ess gleich meine totes Schnitzel ich ess gleich meine totes Schnitzel wir müssten jetzt nicht irgendwie ach so bleibt ich will spinnen wieso ich möchte irgendwas anzünden ich hoffe das hat so funktioniert ich möchte irgendwas zerstören zerstör den Wald hier gut mach ich kann ich mir Energie schnurren für mein Jetpack danke von mir aus aber übertreibs nicht hey warum ich versteh das nicht ach vor allem warum geht das rote Ding da nicht weg ey ich muss mal kurz weg ja ok soll ich cut toll so bin wieder da na na ich so soll ich ich bin oder so soll ich cut warum funktioniert das hier nicht warum ist das so buggy Quantum Hose na 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 jetzt hat es funktioniert oh mein Gott so jetzt habe ich auch die komischen Fackeln da so jetzt kann es los gehen mal gucken wie viel Strom das zieht ich hoffe ich hoffe ich habe noch keine vernünftige Stromanlage das ist ja nicht gut was minecraft jewel angeht also ich habe schon eine Aufladestation sozusagen im Keller aber 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 mal gucken ob ich ein bisschen was mitkriege hier so viel wird es nicht sein ach du scheiße no 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 was ist hier ach hier war irgendwie eine Höhle das schließen wir mal so dann 1 2 4 mal das heißt 4 mal 3 Refinet Iron wo kriege ich das denn hin ach baust du die Quantum Hose gerade ja das ist ein bisschen tricky frage ich's nur warum geht diese rote Dings ins jetzt nicht weg muss der jetzt nicht irgendwie hier verschwinden geht wahrscheinlich weg 2 Diamanten der geht wahrscheinlich so schnell nicht weg also nicht wundern 3 Diamanten 4 Diamanten scheiße 4 Diamanten 1-2-3-4 so 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 also 2 Grundstücke haben wir ja schon mal Das ist doch schon mal geil das ist doch schon mal geil dann können wir aufhören Vs he 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 means pf wie ich versteh nicht warum du dieses Meisterwerk hässlich findest tut mir leid vielleicht ändere ich mich ja noch mal also meine meinung du änderst dich ich kann mich ändern aber bitte verlassen mich nicht schwule Seifen oh man das wäre Kindheitserinnerung in mir okay also meine Kindheit wurde zerstört weil ich diese Folge von diesem Film da gesehen habe wo dieser komische Nackte Samurai sich von den Kindern ein Glasfest, ja was? ja, das hat auch meine Kindheit zerstört wir sind Freunde yeah, ich habe einen Freund seitdem habe ich irgendwie das Verlangen nach Javon oder China zu gehen